Mit diesem Auflös hier? Mit diesem Auflös hier? Hey, wir wollten ganz so mal ein Video. Genau, aber dafür brauchst du die Ungenehmigung in der Masse. Okay. Haben sie nicht. Nein. Ja und ich kann mir sagen, dass so viele kommen. Die waren eigentlich nur zu 10. Also jetzt oder jetzt fallen auch nicht rein. Freunde was geht habt, mein Name ist Memo. Ich befinde mich hier gerade in Berlin. Ich bin auf dem Weg nach Charlottenburg. Da dreht Walid sein neues Musikvideo. Ich verbringe einfach mein ganzes Leben in Berlin. Und genau hier im tiefsten Charlottenburg war ich einfach noch nie. Ich weiß nicht mal wo ich hier bin. Wenn ich verloren gehe, ich wüsste nicht mal was ich sagen muss. Kann ich da mal was verantwortlich bitte? Wer ich verantwortlich ist? Sie oder Sie? Irgendeiner wird das ganze Ding ja organisiert haben. Wie gesagt. Er ist weg. Er ist derjenige der Verantwortliche ist schon gegangen. Ja. Gerade eben hieß es er oder er ist verantwortlich. Nein. Nein. Also die Verantwortung wurde schon übergeben. Und es gibt keine Drehgenehmigung. Andere, die Drehgenehmigung. Okay. Da kommt man einfach hin. Das Geile ist die Polizei kommt gerade. Die fragen wer ist der Verantwortliche. Alle. Der Künstler. Der Künstler. Er kommt Bus. Du weißt du. Wie kennst du das? Der Künstler. 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 Derinken. Der Künstler. Der Künstler. Der Künstler. Dieklar. Der Künstler. Der Künstler. Die Polizei hat gerade hinter mir. Die haben dafür gesorgt. dass das Musikvideo jetzt hier erstmal beendet wird. Das heißt, wir teilen uns erstmal auf und dann geht es weiter im Moabit. Aber für mich heißt es, ich gehe jetzt erstmal nach Hause, schneide das Video. An der Stelle danke nochmal, dass ich heute dabei sein durfte. Schaut euch jetzt das Musikvideo an, ist jetzt auf jeden Fall online. Viel Spaß damit!